Ich lerne Deutsch. Nummer 5796 Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Die Zahlen sind eindeutig. Das Haus lässt sich problemlos finanzieren. Sollen wir einen Vertrag machen? Auf einem gelben Teller liegen drei Croissants. Auf einem gelben Teller liegen drei Croissants. Bettys Achselhöhle wird in einem medizinischen Zentrum behandelt. Bettys Achselhöhle wird in einem medizinischen Zentrum behandelt. Bettys Achselhöhle wird in einem medizinischen Zentrum behandelt. Ich benutze immer noch einen Mixer, um alle Zutaten zu mischen, aber ich werde eine große Küchenmaschine kaufen. Ich benutze immer noch einen Mixer, um alle Zutaten zu mischen, aber ich werde eine große Küchenmaschine kaufen. Du kannst mir glauben, dass ich hier nicht mehr lange auf ihn warten werde. Du kannst mir glauben, dass ich hier nicht mehr lange auf ihn warten werde. Reporter müssen hohe Genauigkeit, Objektivität und Integrität zeigen. Reporter müssen hohe Genauigkeit, Objektivität und Integrität zeigen. Emotionen sind der Pinsel, mit dem wir unsere Lebensgeschichte malen. Emotionen sind der Pinsel, mit dem wir unsere Lebensgeschichte malen. Wir laufen gemeinsam in den Bergen. Besonders anstrengend ist es bergauf. Wir laufen gemeinsam in den Bergen. Besonders anstrengend ist es bergauf. Du kannst mein Spiegelbild in der Pfütze sehen. Du kannst mein Spiegelbild in der Pfütze sehen. Du kannst mein Spiegelbild in der Pfütze sehen. Ich habe gerade im Baumarkt das Werkzeug für die Malerarbeiten gekauft. Ich habe gerade im Baumarkt das Werkzeug für die Malerarbeiten gekauft. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like. Du kannst mein Spiegelbild in der Pfütze sehen. Du kannst mein Spiegelbild in der Pfütze sehen. Du kannst mein Spiegelbild in der Pfütze sehen. Ich gehe gleich aus der Pfütze. Für die K 강ange sind in der Pfütze если du in der Pfütze sehen.